26 Menschen sterben, als ein junger Mann in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas um sich schießt. Anschließend flüchtet er, weil er von einem Nachbarn mit einem Gewehr bedroht wird. Wenig später wird der Mann tot in seinem Auto gefunden. Es ist das zweite große Blutbad durch eine Schusswaffenattacke innerhalb weniger Wochen in den USA. Ein Problem mit Waffen will US-Präsident Donald Trump, der sich gerade in Japan aufhält, dennoch nicht erkennen. Wir haben ein Problem mit geistiger Gesundheit. Dieser Mann war, wie wir aus früheren Berichten wissen, geistesgestört. Er hatte schon länger Probleme. Wir in den USA haben große Probleme mit Geisteskranken, wie andere Länder auch. Das ist keine Frage von Schusswaffen. Wir könnten das jetzt vertiefen, aber ich glaube, dafür ist es zu früh. Zum Glück hatte jemand eine Waffe außerhalb der Kirche. Ansonsten wäre alles noch viel schlimmer geworden. Zuvor hatte Trump bereits von einem entsetzlichen Verbrechen und einer Tat des Bösen gesprochen.